Filme sind Träume Die du niemals vergisst Sammy? Die Lichter verändern, wie alles aussieht. Ich finde unser Haus gar nicht. Unseres ist das dunkle Haus, das ohne Lichter. In dieser Familie konkurriert die Wissenschaft mit der Kunst. Sammy ist in meiner Mannschaft und kommt nach mir. Was für einen Film wollen wir machen? Du lehnst ab, was er macht als spielerische und fantasievolle. Ein bisschen Zuspruch würde dir gut stehen. Konzertpianistin hätte sie werden müssen. Ihr Herz und deins, die schlagen gleich. Etwas zu lieben reicht nicht. Man muss sich auch darum kümmern. Das ist viel wichtiger als dein Hobby. Hörst du bitte auf, es Hobby zu nennen. Mom hat einen Affen mitgebracht. Wozu brauchen wir einen Affen? Weil ich mal wieder lachen will. Du musst permanent im Mittelpunkt stehen. Hör auf, sie so anzuschreien! Ich erfahre von dir nichts als Verachtung. Ich bin deine Mutter! Familie, Kunst, das reißt dich in zwei. Wenn du aufhörst, Filme zu drehen, bricht deiner Mutter das Herz. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du musst immer tun, was dein Herz dir sagt. Welche Stelle hat dir am besten gefallen? Ich bin die Mutter! Untertitelung des ZDF, 2020